Hallo zusammen, Franziska Kuch mein Name, ich bin 24 Jahre alt und seit letztem Jahr bei der CHG Meridian. Mein Studium beendet, ich hatte den Bachelor an der Goethe-Universität in Frankfurt absolviert, im Bereich Wirtschaftswissenschaften und im Anschluss den Master im Bereich Finance und Accounting auch in Frankfurt absolviert und habe meine Thesis geschrieben im Sommer und habe mir überlegt, was mache ich denn jetzt, was fange ich denn jetzt mit meinem Leben an, wo möchte ich denn meinen ersten Vollzeitjob starten. Das Trainee-Programm bei CHG Meridian ist kein klassisches Trainee-Programm. Das Trainee-Programm von CHG Meridian gibt einem zwar auch die Möglichkeit, verschiedene Bereiche kennenzulernen, man kann auch ins Ausland gehen, wenn man das möchte, für ein Projekt, um dann auch voll vorbereitet zu sein für eine Karriere im Vertrieb, im IT-Vertrieb und ja, das hat mich besonders angesprochen. Und wenn du auch zahlenaffin bist, Lust an der Kommunikation hast, Lust darauf hast, neue Leute kennenzulernen, mit einem spannenden und sich entwickelten Umfeld zu arbeiten, dann bewirb dich doch einfach auch für das Trainee-Programm und schau, wo dich deine Reise hinführt.